Ihr Lieben auf YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Deep Rock Galactic Survivor 2. Und wir spielen die Gefahr 2 mit dem Speer als Aufklärer. So, wir sollen more kit finden. Und zwar nicht so wenig. 20 Stück insgesamt kriegen wir vielleicht hin. Aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal hier ein bisschen Gold. Für eventuelle Upgrades. Wisst ihr mal, und schon geht's los. Wir nehmen mal, wir gehen mal ein bisschen auf Crit Chance. Denn das ist ja auch ein Achievement, was wir hier schaffen müssen. Dann machen wir... Wir machen das Seltene, glaube ich. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell abhauen. Und das rote Zeug brauchen wir auch noch. Die kreisen uns gerade jetzt ein bisschen ein. Das ist aber nicht nett von denen. Und wir haben ab. Episch. Elektro? Elektro ist gut. Elektro gibt ja immerhin noch mal ein bisschen so, ne? Zusätzlichen Schaden. Ach, das Zeug muss man sammeln. Und zwar 20 Stück davon. Hast du natürlich keine Chance. Das ist so schwer abzubauen, das Zeug. Kommst nicht ran, kommst nicht ran, kommst nicht ran. Hältst dich da mal durch, Junge. Wie viel haben wir? Sechs, sieben, acht. Wow. Das tat weh. Oh. Oh nein, nein, nein. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Lassen Sie mich durch. Wo ist der Pott da hinten? Da musste die Feinde schön umlaufen. Oh. Oh. Feuer mit hoher Schusszahl in vier Richtungen. Schnellfeuer hin. Was? Die hinter sich schießt hinter mich. Wir nehmen aber trotzdem die Drohnen. Die waren ganz cool. Wohl hinter uns ist auch nicht schlecht. Was passiert denn, wenn wir nochmal in vier Richtungen schießen? Ist das doppelt so hoch? Ja, tatsächlich. Ich bin auf dem Weg. Oh, das ist der Dicke. So, warte, warte, warte. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Eliten. Das ist tatsächlich, der feuert auch noch in die andere Richtung mit. Okay. Ja, diese großen grünen Viecher, die kriegst du kaum. Das ist so schlimm mit denen. Wir haben so einen, eine Energie. Wahnsinn. Wenn ich an die Bumser hier hinten rankomme, das wäre geil. Oh, Energie, Energie, Energie. Ja, damit. Hier an die Explodierer. Ja. Huh. Ähm, Nachladegeschwindigkeit. So, der Elite ist noch nicht in Sichtweite. Können wir eigentlich noch ein paar Ressourcen holen. Eben. Da hinten zum Beispiel. Das sieht doch gut aus. Wie viele haben wir da von 16 erst? Oh. Da müssen wir noch ein bisschen drauf rumkloppen. Und da ist er schon. Mr. Elite. Das ist ein Flieger. Okay. Nein, da kommen wir hinterher geflogen. Ich kenne den Weg. Oh. Ui, ui, ui. Nachladegeschwindigkeit. Komm mit, komm mit. Ja. Ja, ja. Treffen, treffen, treffen. Und. Komm. Wir nehmen das Artefakt, dass die wieder zurückwirft. Oh. Ich bin auf dem Weg. Ähm. Nachladegeschwindigkeit. Ja, nehmen wir das. So, nix wie weg hier. Ah, warte mal. 19 Sekunden. Kriegen wir vielleicht noch davon ein paar mit. 13 Sekunden. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Huh. Oh. Es ist ja wieder der Wahnsinn, was hier los ist. Schaden. Feuerrate, Schaden. Schaden ist gut. Und dann können wir uns hier noch einen aussuchen. Auch schon wieder Schaden. Hier nehmen Schaden. Fast. Dankeschön. Weiter geht's. Jawohl. Schon wieder 20. Ach so, das haben wir ja nicht geschafft vorhin. Oh, oh, oh. So, dann gucken wir mal, wo wir das Zeug finden. Was denn das für ein grünes, leuchtendes Zeug? Jawohl, danke. Selten. Schaden. Schon wieder Schaden. Wir machen ja einen Haufen Schaden grad. Ich beklag' mich nicht. Oh. Aber schneller sterben tun die davon auch nicht, ne? Oh, dein... Was ist denn das für ein dickes Ding da hinten? Geh weg, geh weg. Das war mir klar. Oh, oh. Mach bumm. Oh, nee. Das sieht aber jetzt, äh... Kann ich hier irgendwo stehen bleiben? Wo ist er da hinten? Okay. Oh, so richtig Schaden macht hier keiner. Naja, gut. Ist ja nicht umsonst Stufe 2, ne? Abbauen, 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 abbauen. So, auch noch weg. Oh, wir haben erst 14 Rote. Au. Gedodged, jawohl. Bam, 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 bam. So. Kriegen wir jetzt dieses grüne Zeug noch irgendwo her? Oh, ladet. Ah, jajaja, jaja. Mann, Mann, jedenfalls ist es aber, dass... Da kommen wir hier ran. Okay. Oh, episch. Oder Schaden. Erhöht die EP. Hey, ich muss ja weg. Oh, wow, 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 wow. Haben wir hier ein paar Sekunden Zeit jetzt drauf rum zu kloppen? Wir haben erst drei von den Dingern. Na, das ist ja mal gar nix. Okay. Okay. Das war mir klar. Jetzt muss ich noch irgendwie die ganze Meute umlauf. Schaut da mal da drüben. Ja. Ich glaub's ja, ich glaub's ja wohl nicht. Guten Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin. Sterbt, ihr Bugs. Sterbt, sterbt, sterbt. Da ist doch keine Chance, wer ja. Au. Oh, 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 oh. Energie gibt's da hinten? Bam, 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 bam. Ja. Ich hab da keine Möglichkeit mehr jetzt abzubauen. Höre den Eliten, jawoll. Weg mit dem Eliten. Oh, ich bin aber jetzt losgerannt. Oh, er wird die Feuerrate von allen Projektilwaffen. Ai, 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 ai. Okay. Testen. Wo sind die Elite? Da. Komm mit, Elite-Mann. Komm. Oh, wie viel Energie hat denn der Typ? Oh. Komm her. Oh, hat geklappt. Ui, ui, ui. Erhöht den Schaden für Gold oder? Nee, der Ring aus Feuer, den find ich besser. Oh, neue Waffe. Schießt elektrische Kugeln ab. Oder ziemlich einfaches Sturmgewehr, das in Stößen schießt. Oder wir nehmen den Elektro-Bommerang. Aber der war nicht so gut. Wir nehmen mal Stümmelchen. Stümmelchen. Aber Stümmelchen ist leicht. Leichte Waffen sind immer nicht so gut. Visiert den nächststehenden Gegner an. Macht die auch, aber die macht kinetischen Schaden. Oh, komm, wir nehmen mal Deep Core GK2. Glaub, das Ding ist gut. So, und dann müssen wir jetzt irgendwie uns noch durchschlagen zum Pott. Gehen Sie mal beiseite, bitte alle. Dankeschön. Oh, ja, 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 ja. Und tschüss. So, was haben wir denn hier Schönes? 10% Nachladegeschwindigkeit, maximale Lebenspunkte, selten episch. Episch muss ich ja fast machen. Die Waffe, warte mal, warte mal, was machen wir denn? Nachladegeschwindigkeit. Aller leichten Waffen. Ach so, ich hab ja, ach, okay. Dann nehmen wir, ja, wir nehmen ab. Wir haben 5%, 35, ach gut. Wir probieren einfach mal das. Schauen wir mal. Landestgleich in so einem Goldhaufen ist gut. So, wir müssen die Blüten sammeln. Wie viel davon? Sechs Stück. Da haben wir hier schon eine. Dann werden wir jetzt versuchen, so viel Gold zu raffen, wie es geht hier. Episch, Feuerrate, EP-Verdienstfeuerrate. Vielleicht macht das Sinn. Aber wie lange das dauert, bis so ein kleines Viech durch ist, ne? Blümchen, 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 wo sind denn all die Blümchen? Da unten ist noch eine. Haben wir hier durch? Lässt du uns da durch? Oh nein, da kommt zu viele. Ungünstig. Ja, 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 ja. Mal, der braucht echt zu lange, um durchzukommen hier. Okay, ich muss hier lang abhauen. Oh, da haben wir ein paar Sekunden Zeit, das grüne Zeug wegzuklopfen hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viele Blümchen brauchen wir denn noch? Zwei? Nur noch zwei Blümlein. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Blümchen, Blümchen, da hinten ist ein, jawohl. Mitnehmen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der ist natürlich auch noch da unten, ne? Ist klar. Na, dann nehmen wir euch wenigstens noch mit. Jawohl, jawohl. So, und jetzt kommen wir hier nicht wie nie wieder raus, oder? Diese miesen Bugs. Überall miese Bugs. Komm, wir hauen mal ab hier. Vielleicht klappt es hier unten. Oh, nee, schaut doch mal die Massen an hier. Das sind alles Fans. Das sind alles Follower. Oh, oh. Oh, legendär. Geh mal mit. Da komme ich noch niemals dran. Leute, lass doch mal Platz. Oh, 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 oh. Oh, dieses lila Viech hier. Was sind da zuerst die jetzt? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Aber wollten wir so noch Raffen, weißt du? Das muss noch Raffen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass hier ein neuer Schwarm ist. Oh, nein, Leute. Also Gefahr 2 ist schon, ne? Ist schon, ist schon nicht ohne. Blümchen. Los, mach rum. Genau, sagt sie. Warte, ich brauche Energie. Moment. Ja, ist schon ein bisschen besser jetzt, ja. Boah. Mal drei Sekunden, ne? So, wir könnten die aber schneller hochbringen, oder? Naja, wir müssen auch an der ein bisschen arbeiten. Ja, jetzt ist nur sehr an der. Los, komm, zieh durch. Hau. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oh, jetzt bin ich aber. Ja, ja, der Elite. Das ist schön, dass der da ist. Ich finde es großartig, dass der uns auch mal besucht. Schaut da mal nicht ganz die Dinger da hinten an. Wenn wir das jetzt hier umlaufen könnten, uns die alle holen könnten. Oh, nein. Nein, 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 nein. Episch, episch. 20% Schaden. Haben oder nicht haben, ne? Oh. Die wird zählt, die wird zählt. Oh. Yeah. Wir gehen gleich weiter auf die Knarre. Hier geht's ab heute. Schaden. Oh. Okay, Übertaktung. Warte mal, was haben wir denn da? Feuer, Rate, Nachladegeschwindigkeit, Magazin. Nee, wir nehmen das. Wir müssen uns hier irgendwo jetzt mal versuchen, den Eliten vom Hals zu kriegen. Okay, das hat gesessen. Oh, scheiße. Oh, Mann. Wo war denn der Pott hier drüben? Oh, da ist auch noch ein Magnet. Den Magneten könnten wir uns jetzt mal gönnen eben. Es ist ein Monsterhaufen. Okay, Schaden. Oh, Feuer. Wir machen Feuer. Und dann nehmen wir die Kältegranate. Die ist eigentlich die beste im Spiel. Also, im Moment noch. Nehmen wir mit. Oh, Crit-Chance, EP-Verdienst. Wir nehmen mal kritischen Schaden. So, jetzt brauche ich dringend Energie. Oh, nein. Scheiße. Alter Schwede, ja. Das ist doch nicht normal, was hier los ist. Wir hatten die alle eingeladen. Schaden, Nachleidegeschwindigkeit. Jawohl. Nehmen wir mit. So, gleich fällt er. Dankeschön. Na klar, ist das genau irgendwo da hinten. War klar. Schaden, Nachleidegeschwindigkeit. Sagt, ich nehme das mit. Komm, ja, oder? Oh, Feuerrate. Ja, na klar. Epische Feuerrate, sagst du nicht, ne? Geht, ne? Oh, ich muss hier weg. Oh. Die Massen. Oh mein Gott. Oh, nein. Wir haben nicht genug. Verdammt. Können wir aber das nehmen. Vernehmbar. Oh, ja. Oh, ja. So, weiter geht's. Oh, hier sind wir. Oh, Bugs. Komm, lauf, lauf, lauf. Die nehmen wir natürlich direkt mit. Da sahen wir nicht weh. Ach ja, dieses Zeug müssen wir auch wieder abbauen hier, oder? Ja, 20 Stück davon. Mal gucken, wie weit wir kommen. Im Moment sieht's ja nicht schlecht aus. 14. Jawohl. Die schießen ja wieder dieses Hubba-Bubba nach mir. Ah. Ich mag doch kein Hubba-Bubba. Aber das klebt doch so zwischen 10. Hey, das kann ich nicht einsammeln, das Zeug. Hier, fährlich. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen ärgern. Oh. Okay, die haben mich geärgert. Okay. Alles klar. Ich sag ja schon nischt mehr. Ach, schon wieder so ein grüner Mistkäfer hier unten. Brenn, du grünes Viech. Was ist denn das da eigentlich? Big Swarm detected. Wo soll ich denn hin, deiner Meinung nach? Und stirbt ein grüner Hund. Du warst doch grad schon tot. Ärgern, ärgern, ärgern. Und von hinten das Feld aufrollen. Boah, dieses blöde Zeug, was hier rumfliegt. Feuer frei, sag ich mal. Feuer frei, Leute. Also die Granate müssen wir dringend verbessern. Geh weg. Ja, auf Gefahr 2 scheint der Versorgungspot später zu kommen, ne? Mischt die weg, mischt die weg. Ich brauch noch irgendwas. 16 von 20 von diesen grünen Dinger. Da oben. Mal gucken, ob wir sie austricksen können. Ja, 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 ja. Oioioioioioi. 10% Feuerrate. Das klingt gut. Oh. Durchdringschuss. Uh. Zielt auf den Gegner mit den höchsten Lebenspunkten. Das ist mir eigentlich nur wurscht, ne? Früher gekaut und heute verdaut, weißt du? Hier, Durchdringschuss ist geil. Das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Cooles. So, und jetzt, ja, wohin, wohin? Oh Gott, 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 oh Gott. Da ist ein Loch, da ist ein Loch, da muss ich durch. Entschuldigung, ich muss da mal durch. Oh, hier kann ich auch nicht durch. Nein. Wenn wir die ein bisschen ärgern hier. Hier unten auch nochmal. Oh. Oh. Achso. Ich würde ja gerne, Leute, ich würde ja gerne durchgehen. Nein, geh weg. Uh, wie ist es? Hier liegt ja schon wahrscheinlich schon so viel Zeug rum. So viel EP. So, wo ist das Ding? Ich muss hier kurz abhauen. Jetzt kommen sie von hier unten, oder? Nein, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nein, wohin, wohin. Nein, 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 nein. Nicht knallen, nicht knallen, nicht knallen. Uh. Das ist auch ein schlechter Gedanke gewesen jetzt. Der war nicht gut. Ich kann hier nicht durchbrechen, oder? Oh. Oh. Ich habe kaum noch Leben. Nachladegeschwindigkeit. Das macht mein ganzes Leben besser. Oh. Das ist, das ist, das ist. Dann. Nimm das. Und der Elite ist auch noch da. Natürlich. Warum denn auch nicht? Gut, ich bin gleich tot. Tor ungezifert, TESA, was ist denn das? Sehr cool, Leute. Ah, Mann. Okay, ihr Lieben. Tschüss.